Also wie ich zur AD-Frau gekommen bin, ist sozusagen, wir haben 84, 85 Farbebekennen gemacht. Das waren zwei Jahre sehr intensive Arbeit, wo wir Menschen gesucht haben, die eine afrodeutsche Erfahrung haben und dann eben in einem Buch das zusammengetragen haben. Da haben dann 13 Frauen berichtet von ihrer Erfahrung und 1986 zur Buchmesse kam das Buch dann auf den Markt und dann haben das Menschen gelesen und da hat mir dann Jasmin einen Leserbrief geschrieben, also uns von Farbebekennen, den Autorinnen, und hat gesagt, sie möchte Kontakt. Und so ist der Kontakt nach München entstanden, dass wir dann angefangen haben, miteinander zu kommunizieren. Und dann waren schon relativ viele, 87 im Sommer, die sich dann verabredet haben, erst mal in Köln zu treffen, also weil das war die Mitte von München und von Berlin. Und von da aus sind wir dann nach Utrecht gefahren. Und in Utrecht haben die Frauen, die schwarzen Frauen in Holland, haben da eine Konferenz gemacht, zwei Tage Konferenz mit viel Theater und sehr tollen Diskussionsveranstaltungen. Und das war sozusagen unser Gründungsort, also eigentlich erst Köln. In Köln haben wir den Namen gefunden. Wir waren dann bei einer von uns in der Wohnung und haben da gesessen und haben darüber nachgedacht, wie wir unsere Gruppe nennen sollen. Und es waren halt Lesben dabei und es waren Heterafrauen dabei. Und da wollten wir eigentlich vielleicht das Afrodeutsche Lesbengruppe nennen. Aber das wäre abgekürzt Adele gewesen. Und das fanden wir einfach ein bisschen zu deutsch und nicht so hübsch. Und haben dann gesagt, wir wollen lieber einen stärkeren Namen haben. Und dann kam irgendjemand drauf, dass es eine Göttin gäbe, die Adefra, also Afrikete heißt. Und auf jeden Fall sind wir dann als Afrodeutsche Frauengruppe gekommen. Und das abgekürzt eben Adefra ist. Und dabei ist es dann eben auch geblieben. Ja, und dann sind wir weitergefahren nach Utrecht. Und das war eigentlich, da waren wir schon zehn Frauen, zehn, zwölf Frauen, die da zusammen waren. Und da ist sehr viel auch an Prozessen gelaufen. Also so Auseinandersetzungen. Zum Beispiel Katja war da und hat sich dann eben damit auseinandergesetzt, dass sie eine hellere Haut hat. Weil dann Leute sie immer gefragt haben, ja, warum sie hier ist und so. Und das fand sie halt ganz anstrengend, so gefragt zu werden. Ja, und das waren einfach die Anfänge unserer Prozesse. Genau. Und ISD ist ja schon im Herbst 86 entstanden, Sommer, Herbst. Genau, das war auch ganz toll eigentlich. Also das war für mich so ganz stark, dass wir, wir haben uns im Kotti getroffen. Das war in der Dresdner Straße. Und da kamen eigentlich schon immer so 30 Leute pro Treffen, ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere. War immer sehr voll in diesem kleinen Raum. Und einmal haben wir uns, wie heißt der Platz, Oranienplatz, ja genau, Oranienplatz, auf der Wiese getroffen. Und da waren wir relativ viele, also auch so 30, 40 Leute. Und da haben die Leute geguckt wie verrückt, ja. Also sind fast hinten umgefallen und so. Und das fanden wir ziemlich unangenehm, als die Leute so gucken. Aber das war so eine Erfahrung eben, dass wir einfach, weil wir vorher ja doch eher vereinzelt gelebt haben, selbst die Leute in Berlin, also ich war ja aus Heidelberg da sowieso, war jeder für sich alleine. Und auch selbst in Berlin, wo es mehr Leute gab, schwarze Deutsche, da waren die Leute auch noch nicht verbunden so. Und deswegen war das ziemlich auffällig, dass wir jetzt als Gruppe da waren und als Gruppe zusammengekommen sind. Ja, und deswegen haben wir uns dann eigentlich lieber im Kotti getroffen, weil wir da unsere Ruhe hatten. Und das war so ein geschützter Raum, in dem wir also die grundsätzlichen Fragen diskutieren konnten. Gibt es so etwas wie eine schwarze afrodeutsche Kultur? Ja, was wollen wir eigentlich erreichen? Also das war dann relativ schnell klar, dass wir sozusagen einmal nach innen wirken wollen, sozusagen unsere Identität zu finden und dann nach außen, um für eine nicht rassistischere Gesellschaft mitzuarbeiten. Und ich weiß noch, auch da auf diesem Treffen im Oranienplatz, da war ein türkischer Kollege dabei. Und der sagt, na, das ist doch nicht schlimm, wir nennen unsere Freundin auch immer Schoko und so. Und dann haben wir versucht, ihm zu erklären, dass das jetzt nicht so lustig ist oder so. Und der konnte das aber gar nicht verstehen. Und das war dann auch so diese Erfahrung, zu sehen, dass die Leute, die nicht die direkte, also die meisten Leute, die nicht selber Afrodeutsche sind, also mit afrikanischer Wurzel sind, dass die damit nicht viel anfangen können, also das nicht verstehen können, was die Problematik ist. Oder es ist ja unterschiedlich. Manche sind mehr verletzt worden, manche weniger. Aber trotzdem ist es immer, wenn solche Sprüche kommen, ist es immer verletzend. Und deswegen war dann, glaube ich, auch diese Entscheidung, dass wir uns mit afrikanischen Wurzeln treffen wollen. Ja, ADEFRA war sozusagen für mich eigentlich ein bisschen zu spät, weil ich war schon in der Frauenbewegung schon zwei Jahre gewesen oder drei Jahre. Und Feministin war ich schon, glaube ich, ab 13 oder so. Das war so, ich hatte die ganze feministische Literatur, konnte man damals gelesen haben, weil das alles so neu war. Und das war sehr intensiv, auch diese Auseinandersetzung mit, für Frauenrechte zu kämpfen. Und das war eigentlich meins gewesen. Und als ich dann in ADEFRA kam, da war das für viele Frauen, die waren auch ein bisschen jünger, aber auch für die Älteren, die kamen zum Feminismus erst dann, die meisten. Und das war ihnen auch wichtig und so, aber das war nicht mehr so meine Ebene, wo ich etwas gebraucht habe für mich. Ich habe das dann von anderen gehört, die sehr intensiv in ADEFRA gearbeitet haben, für die das ein ganz wichtiger Ort war, um sich zu entwickeln als Persönlichkeit. Das war für mich jetzt ADEFRA nicht so, sondern für mich war wichtiger so ISD als Ort, wo wir einfach was für unsere, also unsere Community wächst, wo wir was lernen können über unsere Identität. Also für mich, ich weiß noch in Kotti bei diesen Treffen, dass ich da irgendwann mal gedacht habe, hey, das ist ja komisch, keiner kommt auf mich zu. Weil das ist eigentlich mein normaler Alltag, ist, dass Leute auf mich zukommen, weil sie mich halt als Schwarze wahrnehmen. Und da musste ich selber gucken, wenn ich jemanden kennenlernen will, da muss ich auch was tun, da muss ich auch auf die zugehen. Also das war meine ganz persönliche Lernerfahrung in der ISD und dann haben wir eigentlich diese ersten Jahre uns nur gefreut darüber, dass wir zusammen waren und endlich zusammengekommen sind. Und ja, es war einfach schön. Und genau, ich habe zum Beispiel Kindergruppe gemacht und später habe ich dann mit dem Ari Andrade, habe ich Jolly Bar gegründet, um direkt was für Kinder zu machen, weil ich gemerkt habe, in der ISD, dass wir konnten da zwar so Feste machen und so mit den Kindern, aber um wirklich zu helfen, brauchst du auch professionelle Informationen, genau. Background, genau. Und deswegen habe ich dann Jolly Bar mitgegründet. Die ADEFRA, da war ganz wichtig, die Afrikete, die Zeitung der schwarzen Frauen, die kam insgesamt fünfmal raus. Da habe ich dann, also ich habe für Afrolog und für Afrikete so kleine Artikel mitgeschrieben und Zeichnungen gemacht. Also ich fand das einfach toll, dieses Publizieren und sich einander so über die Zeitschrift mitzuteilen. Und bei ISD, da habe ich eben mehr so soziales Engagement gehabt. Also wir haben ja unheimlich viele Partys gefeiert, endlos. Also auch hier in dieser Wohnung, das war für ADEFRA als auch für ISD sehr viele Partys, wo hier die ganzen Räume voller Leute waren. Und die Leute kamen einfach nur, weil sie schwarz waren. Also weil wir Afrodeutsche waren, also die mussten mich jetzt gar nicht kennen, sondern man hat einfach alle eingeladen. Es war einfach wirklich so eine Aufbruchsstimmung und so eine Offenheit füreinander. Einfach erstmal alle zusammenkommen und dann sich kennenlernen. Also ich habe mich in ISD sehr engagiert, war auch im Vorstand und so und habe dann aber gemerkt, das ist so immer, es fängt immer wieder von vorne an. Irgendjemand hat mal gesagt, ISD ist auch ein Kürzel für Identitätssuchdienst. Also es war immer so sozusagen auch so ein bisschen Professorium. Also es fing immer wieder von vorne an, weil da kamen wieder neue Leute dazu. Und es war sehr schwierig, oder vielleicht waren wir auch noch nicht so weit, etwas Festes aufzubauen, was sich verstetigt. Und deswegen habe ich dann mit Kollegen zusammen die Jolly Bar gegründet, weil ich wollte, dass erstmal was Festeres entsteht. Das fing an mit einer Jugendgruppe für Kinder, eine soziale Gruppenarbeit. Und da haben wir dann gemerkt, dass es ganz schwer war, also mit diesen afro-deutschen Kindern in anderen Lokalitäten, zum Beispiel in der Weißen Rose waren wir mit denen, haben wir Räume gebucht und so. Und dann haben die irgendwann immer gesagt, die sind aber so laut und das stört irgendwie. Also die haben sich dann irgendwann immer gestört daran, dass da Schwarze sich als Gruppe treffen. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste bei ESD und ADEFRA, dass wir als Gruppe uns zusammengekommen sind und dadurch uns auch verstärkt haben, also unsere Energien und unsere Kraft. Und das hat aber auch die Umwelt gestört. Also das ist sozusagen, die haben immer gesagt, gibt es euch noch? Ja, seid ihr noch eine Gruppe und so weiter? Weil die wollen nicht, dass man zusammenkommt und sich gegenseitig unterstützt. Naja, und da habe ich gemerkt, dass es total wichtig wäre für diese Kinder, einen Ort zu finden, an dem sie zu Hause sind, also wo sie Hausrecht haben sozusagen und nicht wieder rausgeschmissen werden können. Mit Ari haben wir immer gesagt, also Ari Andrade war mein Kollege, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dass man auch an die Wand Bilder hängen kann, dass das meine Wände sind, an denen ich mich auch dann beim nächsten Mal das Bild wiederfinde oder so. Und dass das eben ganz wichtig ist für die Entwicklung der Kinder. Ja, und deswegen haben wir Jolly Bar gegründet. Das ist eben ein sozialer Trägerverein, der Familienhilfen anbietet. Aber auch sehr, weil ich eben aus der Kulturarbeit komme, war dann eben Kultur und Kunst auch immer wichtig und Geschichte, dass wir dann Ausstellungen gemacht haben, Reihen, Filmreihen, irgendetwas, um sozusagen Informationen an die Allgemeinheit zu bringen, aber auch an uns innerhalb der Community. Und das war einfach ganz, ganz wichtig. Und was in der sozialen Gruppenarbeit passiert ist, ist, dass in dem Moment, wo es die Gruppe gab, da konnten die einander unterstützen. Das hat ihnen sofort einen Push gegeben, den Kids, ja, dass sie ruhiger wurden, dass sie nicht mehr sich alleine gefühlt haben und vereinzelt. Ja, und die Eltern auch das Gleiche. Wir haben eine Beratung gemacht, wir hatten so richtig Elternarbeit eingeplant, aber eine Beratung hat denen meistens genügt, weil sie dann wussten, mein Kind hat eine Möglichkeit, irgendwo anzudocken, Unterstützung zu bekommen. Ich werde ernst genommen, also oft wurden die Leute nicht ernst genommen, wenn sie sich über rassistische Situationen beschwert haben, das ist überempfindlich, das ist Quatsch oder das ist nicht nötig und so weiter. Also ich bin jahrelang gefragt worden, wozu braucht man denn eine Gruppe für schwarze Kinder? Die können doch in eine andere Gruppe gehen. Also das war unglaublich, ja, also dass das sozusagen gar nicht ernst genommen wurde. Naja, ich war ja, wie ich schon mal gesagt habe, in der Frauenbewegung aktiv und also da auch ziemlich vernetzt so. Und dadurch, also Audre Lorde hat zum Beispiel dann dafür gesorgt, dass ja du, also Abena und ich auch eingeladen worden sind nach Montreal zur feministischen Buchmesse. Und gleich im Anschluss war ich dann noch in New York, da war das Cross Culture Summer Institute in New York gerade, genau. Da bin ich dann anschließend dahin gefahren und da eingeladen worden. Und diese internationale Erfahrung war natürlich auch Gold wert, also weil ich dann gesehen habe, nochmal, was wir für Möglichkeiten haben, ja, uns da zu vernetzen. Und ich habe damals auch mit dem Gedanken gespielt, mal ein Auslandsseminar zu machen. Semester meine ich, ein Auslandssemester. Ich habe Geschichte studiert und der Töffeltest hat mich abgestreckt, das war der Sprachtest. Den wollte ich nicht gerne machen, obwohl ich schon ziemlich gut Englisch konnte. Ja, und deswegen bin ich dann nicht, habe ich dann nicht dieses Auslandssemester gemacht. Aber ich habe schon gedacht, da sind einfach ganz viele schwarze Menschen, die so denken wie ich und mit denen ich viele Erfahrungen machen könnte. Und jetzt gehe ich wieder zurück in dieses Deutschland mit dieser schweren Geschichte. Und warum tue ich das ja, warum tue ich mir das an? Und viele sind ja auch ausgewandert in der ESD nach England oder nach Holland und so. Aber ich habe mich dann eigentlich in der Zeit auch in dieser Auseinandersetzung für Deutschland entschieden, wo ich gesagt habe, das ist auch der Ort, an dem ich mich am besten auskenne und an dem ich auch verwurzelt bin. Und ich kann da ein Stand nehmen, also da kann ich auch meine Feuerchen legen, ja. Also sozusagen was bewirken. Also ich bin dann, ich bin ja als Kind in Nigeria aufgewachsen, zwei Jahre lang von sieben bis neun. Und das waren auch sehr prägende Jahre. Also noch eine gute Zeit, wo man noch nicht so viel Verantwortung hat. Ich glaube als Teenager, wenn man dann in der Schule im Internat ist oder so, das wäre nochmal anders gewesen. Aber es war eine schöne Zeit, es war sehr positiv besetzt. Und dann bin ich 86, glaube ich, oder 87 nochmal hingefahren, also nach Nigeria gefahren, weil ich wollte diese Erfahrung erneuern. Genau, das war 86. Weil ich bin da hingefahren und mein Vater war nicht da. Der war gerade in England und das war schon ziemlich blöd, also für mich jetzt so. Und der hat mich nämlich dann angerufen an dem Tag, an dem wir das Bild gemacht haben für Farbebekennen. Wir haben auf Farbebekennen ein Bild gemacht, wo wir als Gruppe sichtbar waren. Also die älteren Frauen waren dabei, Doris und Erika, die ganz Junge war auch dabei, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, ja, die war erst 14. Und so waren wir eben wirklich im Alter ganz unterschiedlich und alle waren wir Afrodeutsche, ja. Und das war ganz wichtig, weil die Leute keine Vorstellung hatten davon, dass schwarze Menschen eben auch Deutsche sein können. Also wenn du halt afrikanisch aussahst, dann warst du irgendwie Ausländer automatisch. Und uns war wichtig, dass man sozusagen auf dem Titel sieht, was drin ist. Und an dem Tag, an dem wir uns zu dem Foto getroffen haben, da rief mein Vater an und ich hatte dann nochmal ein Gespräch mit ihm am Telefon. Und als ich dort war, habe ich verschiedene Menschen kennengelernt. Was ich ganz spannend fand, war, dass es in Ive sehr viel Theater gab. Also an dem Abend, wo wir da waren, an dem Tag, gab es drei verschiedene Theateraufführungen und das auch noch mit heimischen Autoren. Also das ist in Nigeria, ist ja ein relativ großes Land, also so bevölkerungsstark. Und da gibt es auch eben sehr viele, sehr tolle Autoren. Ja, wir kennen Saro Vivo, den Nobelpreisträger, genau. Aber es gibt eben auch ganz viele andere. In Farbe bekennen hatte ich ja auch meinen Text als Heimat mal drei betitelt, weil tatsächlich also Nigeria für mich auch ein ganz starker Heimataspekt sind. Also so meine Großeltern, meine Großmutter war sehr wichtig für mich. Der soll ich, ich bin nach ihr auch benannt, Viktoria, und ich soll ihr auch sehr ähnlich sehen, sagen immer alle. Nur, dass sie 1,85 ist und ich nur 1,65. Ja, und sie war auch eine ziemlich starke Frau. Also sie hat, weiß ich nicht, früh einen Führerschein gemacht und war im Lehrerseminar und solche Sachen. Ja, und als ich hingefahren bin, war sie leider nicht mehr da. Aber als ich aufgewachsen bin, da habe ich sie oft getroffen als Kind. Ja, und deswegen, also Nigeria ist einfach auch kulturell natürlich so ein Ankerpunkt für mich auf jeden Fall. Ja, weil wir sagen ja immer Afrodeutsch, aber das ist ja auch eine Vielfalt von afrikanischen Kulturen oder Kulturen der Diaspora, je nachdem. Und bei mir wäre es eben nigerianisch-deutsch. Nach den ersten 10 Jahren ISD, ADFRA, gab es tatsächlich einen Break, weil die, wie gesagt, als wir gegründet haben, da war die Jüngste so, Nancy war damals 13 oder so, oder 14, und ich war mit 25 schon eine der Älteren. Also in Wiesbaden, Frankfurt gab es schon auch ältere Leute, also die schon Mitte 30 waren, aber im Großen waren wir eben so in diesem Alter noch vor 30. Und das hieß, dass nach zehn Jahren die meisten mit dem Studium fertig waren, Familiengründung anstanden, sich ins Berufsleben einfädeln. Und dadurch gab es so einen Break, dass viele dann nicht mehr zu ISD-Treffen gekommen sind und die Jüngeren waren noch nicht da. Und das dauerte dann so ein paar Jahre, also vielleicht fünf, sechs Jahre. Dann kamen die nächsten Generationen so nach, die dann Aktivitäten übernommen haben. Und ich würde sagen, dass jetzt auf jeden Fall, das sieht man auch am Bundestreffen, dass da sehr viel Aktivität ist. Also ich muss auch noch mal sagen, dass Bundestreffen für mich auch die ersten Jahre sehr, sehr spannend und wichtig war. Auch noch mal, dass da die Afro-Österreicher und die aus der Schweiz dabei waren und dazugekommen sind. Oder Theodor Michael oder Hans Massakoy, also auch Leute, die so etwas Besonderes waren und die man so im Alltag nicht so gesehen hat, die kamen oft zu den Bundestreffen. Und ja, da gab es auch sehr viele tolle Veranstaltungen. Ja, und jetzt sind, würde ich sagen, also gerade mit Black Lives Matter seit letztem Jahr, ist ja auch in der Öffentlichkeit das endlich so angekommen, dass wir sozusagen, dass man eine Möglichkeit hat, dass sich was verändert. Also das, worauf wir hingearbeitet haben, Rassismusbewusstmachung. Und jetzt hoffe ich, dass sie das verstetigen können, also diese nächsten Generationen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Generationen von jungen Leuten, die sehr professionell sind. Also die, ne, ich treffe welche, die im Film arbeiten, im Journalismus, in verschiedensten Berufen, also ob das jetzt Ärzte, Lehrer oder sonst was sind, die da sehr aktiv sind und da auch was draus machen. Und das ist, finde ich, ganz spannend. Das ist so eine neue Situation. Das war damals nicht so. Also in meiner Generation war das schon so, also das war auch so ein trauriger Aspekt, dass wir eigentlich jedes Jahr ein, zwei Leute begraben haben, also die Selbstmord oder Krankheit gestorben sind. Und das war für eine junge Community wie wir, war das schon sehr auffällig. Und das war aber noch diese Situation aus der Vereinzelung heraus und diese mit Rassismus zu leben, der eben dich wirklich auch fertig machen kann. Und was war der andere Aspekt? Ach ja, genau, mit der Berufstätigkeit. Also in der Generation gab es auch viele, die durch diese Rassismuserfahrung so traumatisiert waren, dass sie nicht sich in die Berufswelt einfädeln konnten, wo das einfach nicht geklappt hat. Also sind dann wieder rausgefallen durch Depressionen oder irgendwas. Das war schon sehr heftig. Und das ist toll eigentlich, dass sozusagen jetzt eine Generation da ist, wo sehr viele Leute sich beruflich doch auch einbringen können, also daraus was machen können. Also unsere Community, unsere Generation, diese ersten zwei Generationen afrodeutscher Bewegung, wir haben einfach den Weg aufgemacht. Also ich und Mai, wir haben ja wahnsinnig viele Interviews gegeben. Bei 50 habe ich dann aufgehört zu zählen, weil wir haben Farbebekenntnis rausgebracht und das war den Leuten zu teuer. Die haben das dann nicht gekauft. Und dann, dadurch, dass es uns aber so wichtig war, haben wir dann gesagt, wir wollen, dass es auch unter die Menschen kommt und zu den Menschen, die es betrifft. Und das hieß, Öffentlichkeitsarbeit machen. Und Öffentlichkeitsarbeit war aber sehr, ist aber ein sehr kompliziertes Teil. Also Mai und ich haben uns da so reingearbeitet und auch miteinander darüber gesprochen, was das bedeutet, also welche Erfahrungen wir damit hatten. Aber zum Beispiel in der ISD haben das immer Leute versucht, nur sind angefragt worden für Interviews. Und dann haben die gesagt, ja, erzähl doch mal, was du erlebt hast. Und egal, was sie sonst erzählt haben, es wurde immer nur dieses rassistische Erlebnis, was sie hatten, was sie dann erzählt haben und erst später gemerkt haben, dass das viel zu nah war, ja, und dass das dann in der Zeitung stand und keiner ist da, der dir hilft oder der dich aufhängt, ja, das ist wieder eine furchtbare Erfahrung. Deswegen haben die meisten Leute sofort wieder damit aufgehört, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil das eben, man muss sich darauf vorbereiten. Und die Mai hatte ja den Ansatz, dass sie das in ihren Gedichten auch, ja, offensiv sozusagen mit rassistischen Erlebnissen umgegangen ist. Dadurch hatte sie dadurch, also, das wie ein Werkzeug benutzt. Und ich habe grundsätzlich verweigert, ein persönliches Erlebnis zu sehen, weil das war überhaupt nicht mein Job, jetzt hier meine persönlichen Erlebnisse zu erzählen, sondern, ja, darauf aufmerksam zu machen, dass wir als Menschen da sind, dass wir als Deutsche da sind, ja, weil in meiner Generation, die haben alle gesagt, ich bin aus Hamburg, ich bin aus München, aus Berlin, aber wollten sich nie zum Deutschsein bekennen, ja, haben aber gleichzeitig alle Vorteile des Deutschseins, ja, also Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, dass die mit der Kavallerie kommen und dich irgendwo rausholen, wenn irgendwo was ist, ja, das ist ja wie eine Scheckkarte, also du kannst unheimlich viele positive Sachen, dadurch, dass du einen deutschen Pass hast, ne, während andere Leute in der Welt, die kommen hierher, wollen gern einen Aufenthalt haben oder wollen gern arbeiten und das alles nicht dürfen. Und das ist auch eine Verantwortung sozusagen, ja, damit umzugehen mit dem Deutschsein. Ja, dass es ihnen gelingt, also für sich einen Weg zu finden und vor allen Dingen, dass sie nicht, ich glaube, dass die Gefahr besteht, aber auch nicht, dass sie nicht unpolitisch werden, weil ich glaube, das ist so das Größte, also habe ich in der Frauenbewegung halt erlebt, dass es eine ganze Generation gab, die so, ja, die Probleme sind ja gar nicht mehr da, also ich werde nicht diskriminiert als Frau und haben sich da einlullen lassen, weil sie eben Chancen hatten, sich beruflich eins, also erst mal was zu studieren oder so, aber haben das Ganze nicht im Blick gehabt, dass es einfach dieses Glasceiling gibt, wo du nicht durch kannst, ne, wo du, wo die Grenze, also die Diskriminierung einfach sehr stark ist. Und das ist beim Schwarzsein auf jeden Fall so. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das unseren Kids passieren wird, dass sie das vergessen, dass wir unheimlich unter Druck stehen und dass die Diskriminierung, dass wir einfach noch kämpfen müssen. Also das sieht man ja gerade an dem, was in Amerika passiert, mit dem, dass sie sozusagen dieses konstante Übergriffe auf Menschen haben, die also auf der Straße einfach von Polizei ermordet werden. Das ist ein Teil dessen, dass wir einfach diese Diskriminierung nicht aufhören. Also nur weil es jetzt keinen Kolonialismus, keinen offiziellen gibt, heißt es nicht, dass es nicht eine koloniale Ausbeutung gibt. Das heißt nicht, dass es schon zu Ende ist mit dem, dass du aufgrund der Hautfarbe, also alle reden ja davon auch noch, es gibt die Colorline, ja. Also wenn du schwarz bist, dann ist es sozusagen die Diskriminierung nochmal ein Stück stärker, ja. Und also wir sind damit aufgewachsen, dass uns sozusagen das Menschsein und das eine persönliche Persönlichkeit zu haben abgesprochen wurde, also nicht erlaubt wurde, ja. Und wir mussten uns das erarbeiten, zu sagen, nein, ich bin hier und ich mache ein Stand, ne. Und das wird auch nicht sich so schnell ändern, auch wenn es sich die, ich sage mal, die äußeren Bedingungen ein bisschen verbessern, ist das aber immer noch eigentlich der Grundsatz, dass schwarze Menschen als Menschen nicht ernst genommen werden. Also ich freue mich auf die Zukunft auf jeden Fall, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt 62 und ich bin ganz glücklich, dass sozusagen Menschen meinen Verein weitertragen werden. Also ich muss denen nicht zumachen, sondern ich kann denen übergeben, was eine tolle Sache ist. Auch nicht selbstverständlich, dass man Nachfolger findet. Und so geht es mir aber mit der Bewegung auch, dass ich schon vor ein paar Jahren eigentlich losgelassen habe und gesagt habe, die nächste Generation sind dran und die müssen ihren Weg finden und ihre Themen, weil ich das gar nicht mehr so beurteilen kann. und ja, da muss sozusagen die eigene Kreativität, also dieser neuen Generation, muss ich dazu, wird das ausprägen, wie sie Widerstand leisten. Die Anerkennung in der Gesellschaft ist relativ oberflächlich. Also wir haben zum Beispiel im Moment noch keine, vielleicht brauchen wir das auch nicht, eine Galleonsfigur. Ich denke, Mai wäre das gewesen, wenn sie nicht gestorben wäre, die auch politisch nach außen redet. Aber im Moment sind das eigentlich alle, die öffentlich arbeiten, sind relativ unpolitisch, die meisten jedenfalls, nicht alle. und die, die politisch arbeiten, die sind auch nicht so sichtbar, also nicht für die große Gesellschaft, für die allgemeine, breite Gesellschaft, ja. Das ist immer noch ein bisschen, aber ich sollte auch nicht meckern, weil ich persönlich, überraschenderweise, vor zwei Jahren fing das an, plötzlich eine Wertschätzung erfahre, mit der ich nicht gerechnet habe. Also ich habe gedacht, das wird nach meinem Tod vielleicht mal passieren oder so, aber es ist so, dass es doch jetzt wahrgenommen wird. Und ich glaube, ja, das wird, also Mai I am ist ja auch, wird ja auch sehr, sozusagen hochgehalten. Und es gab jetzt ein Radio-Feature zu ihr und solche Sachen. Also dass sich da schon was verändert und dass das für junge Afro-Deutsch, natürlich sehr gut ist, wenn sie das gespiegelt sehen, sozusagen eine mögliche Zukunft sehen. Ich weiß noch, dass ich als Kind, als Jugendliche gedacht habe, ich kenne gar keine alten schwarzen Menschen, die älter sind als 30 oder so. Und dann, wenn ich mal so einen alten Afrikaner gesehen habe und auf der Parkbahn, also auf der Bushaltestelle, ich kenne, oh, ein Papa. Ja, also das war für mich sowas Besonderes und hat dann, also mich auch bewegt, ja, weil es einfach nicht da war. Und das ist das, was diese Generation hat. Die hat sozusagen Ältere, denen sie auch nacheifern können. Also zu sagen, natürlich finden sie ihren eigenen Weg, aber sie sagen, es gibt einen Weg, ja, während wir noch den Weg erstmal frei schaufeln mussten, weil wir gar nicht wussten, kommt man überhaupt durch hier oder wird man gleich erschossen. Ja, also für mich war das immer so, dass ich sozusagen immer mit positiven, weißen Menschen auch zu tun hatte. Also ich hatte meinen Standard, wo ich gesagt habe, also ich lasse mich jetzt nicht unterbuttern, ja. Also da, das kam für mich nicht in Frage. Aber wenn jemand mich als Gleicher behandelt, dann war ich auch sehr, war das eine schöne, waren das schöne Beziehungen. Und mit meiner Mutter hatte ich eben auch eine sehr positive Beziehung, die eben weiße ist und war. Und meine Tante, die Familie, das sind einfach Menschen, das sagt man, Herzensbildung, ja. Die sind einfach von sich aus jetzt erstmal nicht rassistisch, da braucht man ihnen nichts beibringen oder irgendetwas, sondern das ist nicht in ihrem natürlichen Wesen drin, ja. Und so. Das heißt aber nicht, dass die jetzt, weiß ich nicht, super antirassistisch sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind ein Erlebnis hatte, wo ich dann die Kinder mir hinterher geschrien habe oder irgendwas, das war jetzt auch nicht so, dass ich nach Hause gehen konnte und da Verständnis gefunden habe. das haben die, die haben dann immer gesagt, das schaffst du, ja. Das ist alles nicht so, ist alles nicht so wild, ja. Also die haben das jetzt auch nicht von innen her verstanden, sondern die haben mich einfach als Person unterstützt, ja. Du bist okay und lass die anderen, die anderen sein, ja. So ungefähr. eigentlich war er jetzt 32 Jahre, glaube ich, also vor zwei Jahren war 30-jähriges und das ist sozusagen, glaube ich, im zweiten Jahr entstanden. Ja, im Grunde im ersten, das Gründungstreffen 86 im Herbst war eigentlich das erste Bundestreffen. Das heißt, es kam aus allen Städten Leute, die dann wussten, es gibt dieses Treffen und dann kamen die wirklich, also klar, aus Köln, Frankfurt, Wiesbaden, dass die dann kommen und Leipzig, aber dann auch aus den kleinen Städten kamen die Leute einfach zum Bundestreffen. Und das hat sich dann eigentlich jährlich fortgesetzt, dass es diese Treffen gab. am Anfang waren wir vielleicht 250 Leute und davon waren dann 60 Kinder und, ah ja, weil ich bin in Nigeria gefragt worden, als ich in Nigeria war, da war Farbebekennen dann auch schon raus und ich davon erzählt habe, dann haben die gefragt, dürft ihr denn heiraten? Dürft ihr weiße heiraten? Und ich dachte, was für eine komische Frage, weil die meisten gar keine anderen Möglichkeiten hatten, als jetzt einen weißen Partner zu finden und das Bundestreffen war der erste Ort, an dem es sozusagen Afrodeutschen möglich war, andere Afrodeutsche oder Afrikaner zu treffen. Und da sind auch sofort natürlich viele Ehen entstanden, viele Familien entstanden und dann in den Folgejahren auch immer sehr viele schwarze Kinder, die mit dem Bundestreffen aufgewachsen sind. Es gibt Kinder, die sind sozusagen damit aufgewachsen, dass sie jedes Jahr am Bundestreffen fahren können und wieder andere schwarze Deutsche treffen und das ist natürlich ein super Start. Ja, genau. Das war ein ganz wichtiger Aspekt, aber die ersten Jahre, ich würde sagen, die ersten zehn Jahre war es auch so, dass die Bundestreffen, da waren tausend Veranstaltungen. Es war ein riesen Kongress quasi. Ja, also ich weiß noch, ich war bei Bärbel Kampmann in einer Veranstaltung, wo es um Traumatisierung ging und so, weil sie war Psychologin und ich weiß noch, die Nicola war da. Die Nicola ist ja aus dem arabischen, schwarzen Zusammenhang und da wurde eben auch das wieder mit der Hautfarbe diskutiert, was das heißt, wenn manche heller sind oder dunkler und das war ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß noch, ich war so fertig, ich bin da abends ins Bett, weil das so intensiv war, was wir diskutiert haben und so intensiv neu für uns auch, dass ich da ins Bett gefallen bin und eingeschlafen, ganz tief geschlafen habe, weil das so intensiv war, was wir da den ganzen Tag diskutiert haben. Ja, und das war nur eine Veranstaltung. Es gab tausend Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen. Also die ersten Jahre waren so, dass wir ganz viele Gruppen gebildet haben. Also es gab die Finanzgruppe, die versucht haben, auch Anträge zu stellen. Ich war ja in dieser Sozialgruppe, die versucht haben, soziale Angebote zu schaffen und so weiter. Also es gab verschiedenste Gruppen und einer hat sich vierteljährlich getroffen. Das war diese Finanzgruppe und das Bundestreffen wurde dann als jährliches Treffen festgelegt, weil es war sozusagen einmal, dass es eine Publicity geben sollte, dass möglichst viele schwarze Menschen davon erfahren, wobei das ja erstmal wirklich Mundpropaganda war hauptsächlich. Ja, dass Leute anderen Leuten weiter gesagt haben, dass das Treffen stattfindet. Und dann musste das ja gebucht werden. Also ich kann euch gar nicht sagen, wer, weil alle haben organisiert. Alle, die da am Anfang dabei waren, waren auch Organisatoren, ja, und Organisatorinnen, weil wir haben für uns selber organisiert, ja. Und ich habe dann sowas nicht mit organisiert, weil es gab genug Leute, die das gemacht haben, ja. Also ich konnte da als, fand ich auch toll, als Teilnehmerin hingehen. Aber dann hat es noch ganz lange gedauert, bis ISD als Verein angemeldet wurde. Das war ja nochmal ein großer Akt, dass wir sozusagen, wir waren ja junge Leute, zu begreifen, dass es, also in Deutschland ist viel über Vereine organisiert. Man muss ein Verein sein, damit man einen Antrag stellen kann und so, und so kam das auch erst, dass wir haben, also mit der Afro-Look haben wir dann nochmal zum ersten Mal darüber nachgedacht, was das heißt. Also auf der ersten Afro-Look seht ihr auch hinten drauf die ganzen Städte, in denen Gruppen entstanden sind. Und dann haben wir gemerkt, dass zum Beispiel in Wiesbaden, Frankfurt, Düsseldorf, da waren ältere Afro-Deutsche, die 30, über 30, 39, schon waren, schon Familien hatten und so und die hatten andere Bedürfnisse, Bedarfe. Und deswegen haben wir dann gesagt, dass jede Gruppe, jede ISD-Gruppe sich nach ihren eigenen Bedürfnissen organisiert, ihre eigenen Schwerpunkte setzt, aber alle sich ISD nennen. Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ja, und das war das Wichtigste. Und dann haben wir nach einer Zeit, gab es dann eben die Vereinsgründungen, die dann auch über die einzelnen Städte gelaufen sind und so weiter. Und ADEFRA war eben das Gleiche. Und da war es dann so, dass es sich rauskristallisiert hat, dass in München sozusagen das Büro war und da ein Schwerpunkt war, von welchen die ADEFRA organisiert haben. Und was haben die noch? ADEFRA... Genau, die haben einige Kongresse, internationale, waren auch nicht nur bundes, wie ISD war mehr so bundesmäßig organisiert, über ganz Deutschland, also mit dem Osten, der ja dann schon dazu kam, bald, während ADEFRA oft auch international organisiert hat und Frauen aus Holland und Frankreich oder sonst wo hergekommen sind. Und ich habe dann nur später, ich war auch auf solchen Treffen, aber das war jetzt nicht so mein, also mein Schwerpunkt. Aber ich habe von vielen gehört, dass das unheimlich wichtig war für die, wie für mich jetzt Bundestreffen wichtig war. Also Bundestreffen war das, also jetzt ist Bundestreffen auch toll, es ist irgendwie, glaube ich, so ein gemeinsamer Ort, wo man gemeinsam sozial sich aufhält. Aber damals war es einfach auch ein Auseinandersetzungsort, die ersten zehn Jahre. Da haben wir so viele Dinge diskutiert, die uns prägen als Community. Also viele haben ja immer gesagt, ISD, ach, das sind so Streithammel und da wird manchmal so von außen, auch von der schwarzen Community, die von außen kommt, werden wir da ein bisschen belächelt und so. Aber das ist nicht so ganz richtig, weil ISD war eben ein ganz wichtiger Kommunikationspoint, also wo sich viel konzentriert hat an der Diskussion. Die Diskussion, wer sind wir und wollen wir uns hier einbringen, macht das Sinn, wir hätten auch entscheiden können, wir finden Deutschland scheiße und das ist so blöd, dass wir uns hier gar nicht einbringen wollen. Aber das wurde eben diskutiert und das war noch ganz offen, das war noch nicht festgelegt, dass wir schwarze Deutsche sein wollten. Aber das hat sich auch noch mal mehr rauskristallisiert, dass wir hier verwurzelt sind und dass wir hier einen Punkt machen wollen. Vorabe Bekennen war das erste Buch zu schwarzen Deutschen, schwarzen Menschen in Deutschland und hat auch den Begriff Afro-Deutsch mitgeprägt. Also Mai, I am und ich, Mai ist jetzt noch mal zwei Jahre jünger als ich gewesen, also war irgendwie dann 23, also wir waren wahnsinnig jung und hatten keinerlei Öffentlichkeitserfahrung und sind dann vom Orlander Verlag und von Audrey Lorde gefragt worden, ob wir ein Buch machen würden, um über Afro-Deutsche zu berichten. Und Audrey hat damals gesagt, introduce yourself to each other and the world. Ja, weil Mai und ich waren ein bisschen zögerlich und so und sie sagte, das ist die Gelegenheit, euch einander bekannt zu machen und der Welt bekannt zu machen. Und ich weiß noch, da kriege ich immer heute noch eine Gänsehaut, dass das eigentlich eine tolle Sache war, aber auch für unser Alter eine sehr schwierige Sache, sich dafür die Verantwortung anzuziehen. Und was halt dann die nächsten Tage, die nächsten ein, zwei Wochen passiert ist, dass Mai und ich, jeweils unabhängig voneinander, uns dafür entschieden haben. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, diese Arbeit zu tun. Und das ist auch wichtig, nochmal gerade bei der Schwierigkeit dieser Arbeit, dass wir uns dafür entschieden haben und nicht gesagt haben, ach, da hat uns jetzt jemand irgendwie reingezogen oder so und dann lässt er das auch wieder sein. Sondern wir haben uns das dann auch vorher relativ gut überlegt und haben dann geguckt, in diesen nächsten zwei Jahren, welche Strategien können wir fahren, um sozusagen in diesen Mainstream vorzudringen, um denen das deutlich zu machen, was wir sagen wollen. Dass wir hier sind, dass wir hier eine Geschichte haben, dass wir schon seit Jahrhunderten als Schwarze Deutsche hier sind, also nicht erst seit gestern, weil das war ja so das Ding, durch den verlorenen Krieg, durch die Besatzung, sind halt erst Schwarze Menschen nach Deutschland gekommen. Und das ist ja nicht der Fall, überhaupt nicht der Fall. Und das war auch toll, dass sozusagen vor zwei Jahren dieses Buch rauskam, Kinder der Befreiung, wo die Kinder aus dieser Generation, die von den afroamerikanischen Vätern kommen, dass die gesagt haben, ja, wir sind eigentlich positiv verankert und nicht negativ. Ja, genau. Also das war sozusagen der Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen was hier bewirken. Und Farbebekennen war dann eben ein Buch, eine Aufsatzsammlung von, und Interviews von 13 Frauen, die jüngste 13, die älteste 65, wobei die älteren Damen uns, Doris und Erika, da hatten wir unheimlich Glück, dass die zum Beispiel uns gesagt haben, wie haben sie in der Nazi-Zeit, da waren sie Schülerinnen, wir haben die hier gelebt, wir haben die in den 50er Jahren hier gelebt. Das war nicht selbstverständlich, weil nicht jeder Zeitzeuge kann sprechen. Aber sie war eine Familie, die sozusagen jeden Samstag, Sonntag, wenn die sich getroffen haben, haben sie immer die Geschichte wieder erzählt. Der Herbert Reibrich, der Mann von der Doris, der war auch ein Teil dieser Tradition. Und die waren praktisch eine lebende Oral History-Familie. Und dann hatten wir eben das Glück, dass die beim Buch dazugekommen sind. Und dadurch hatten wir eine Geschichte als schwarze Menschen, weil wir berichten konnten darüber. Die meisten haben gesagt, naja, in der Nazi-Zeit war das ja so gefährlich hier, da haben keine Schwarzen hier leben können. Das war viel zu gefährlich. Und die konnten uns erzählen, wie sie hier als schwarze Menschen gelebt haben. Und das andere war, das habe ich gerade vergessen, die Geschichte genau. Und genau, dass Mai Aym ihre Magisterdiplomarbeit in Pädagogik gerade schrieb. Und dann, wir über diese Geschichte gesprochen haben und sie das dann auf sich genommen hat, sozusagen die erste geschichtliche Recherche zu machen zu schwarzen Deutschen. Also, ob das jetzt ein Bild von Walter Albrecht Dürer war, das ist eine der ersten Zeichnungen, eine Schwarze, die wir kennen. Oder der Fischer, das war so ein Rassist, der in Südafrika so Menschen untersucht hat. Und dann, da gab es sozusagen eine Mischlingsgruppe, nannten die sie, und hat dann festgestellt, dass die halt dümmer sind und aus beiden, also von den Weißen und von den Schwarzen, die schlechten Eigenschaften immer, der hat zum Beispiel einen Teil dieser rassistischen Mythologie geprägt. Und das hat, sie hat sehr viele von diesen Eckpfeilern, hat sie in ihrer, in dem Anfang ihrer Diplomarbeit eingearbeitet. Und das war dann der Hintergrundstext für das Farbebekennen. Dadurch hat Farbebekennen auch so viel Gewicht, weil es hat sozusagen einmal die persönlichen Erzählungen, auch sehr breit, über viele, über verschiedene Generationen. Und dann hat es aber diese, diese historischen Hintergrundstext, der auch wissenschaftlich gut aufgearbeitet ist. Das Ganze ist noch mit einer weißen Lektorin in eine sehr schöne Sprachform gebracht worden, die die Menschen auch gut lesen konnten und gut verstehen konnten. Das ist ja oft bei so wissenschaftlichen Sachen, dass die viel zu kompliziert sind und kein Mensch versteht das. Und ja, deswegen ist Farbebekennen immer noch so ein wichtiges Buch, auch weil es eben auch sehr zugänglich ist. Und man kann auch Menschen, die heutzutage nicht wissen, was die afrodeutsche Erfahrung ist, können Farbebekennen nehmen, können da drin blättern und können ja da einen Zugang finden zu dieser afrodeutschen Erfahrung. Ja. 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 Ja.